UNTERTITELUNG Michael, sollte ich Werbung für Frühstücksflocken machen und für Powerdrinks? Jimmy! Jimmy! Der pasmanische Teufel wurde heute Abend mit gebrochenem Genick ins Camp County Memorial Hospital eingeliefert. Angesichts der Schwere der Verletzung reicht ein Stoß, ein Sturz. Jedes Einwirken auf Ihren Hals könnt Ihr Ihr Rückenmark durchtrennen. Es sollte anders laufen. Ja, ich weiß. Das war's noch nicht, Winnie. Es ist eine große Welt außerhalb des Rings. Kev, ich werde wieder kämpfen. Nein, wirst du nicht, Winnie. Winnie, nein, nein! Du kannst es nicht, was? Aufgeben! Ich weiß genau, was ich tun muss, um aufzugeben. Und weißt du, was mir Angst macht, Kev? Dass es so einfach ist. Das ist Wahnsinn! Ich kann mich nicht mehr daran beteiligen, dass du verletzt wirst. Ich bin noch nicht fertig. Es steckt mehr in mir. Geh da raus und zeig mir, wie du das machst. Zeig mir, wie du lebst. Zeig mir, wie du kämpfst. Zeig mir, wer du bist. Zeig mir, was du nebst? Sie werden das aufgetaucht. Als ob du bist, ist es nicht täglich. Ich bin für aufgelegt, dass du bei dir bist. Du bist, wie du bist. Vielen Dank.